und schenken guten nur wenn sie mit dem sie das dann sind wir uns mit mir haben dann spiel machen zusammen das übliche spielschirm ist geht position zu killen und nur zu schenken das hat für weiss happening also das hat für weiss happening also wieso nicht mehr so tension ha haben epics high Halt, Jax Yeah! Cool Nice Das hat ausgeleihert Fertig Geht zu Papa Cool Auf Halt nochmal Cool Ja und schon mal bis 4 Und äh Positionär, oh the fack Ich kriege ja hoch, sprang mir das mal bis und ähm, dort Urspielung verstanden Ich bin nicht Oh, schluss Schuhe, 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 schuhe Japp, japp, japp Ich hab Schuhe, 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 schuhe Hallo Team Ja, ist gut Halt ein Hopi, durch Dein Hopi, interessiert Pull my hair at it there Ich bin auch schon fertig Okay. Ja, johli. Ich muss es ganz halte, okay. Ich bin heute nicht mehr. Ah, das ist okay. Probierlich nicht mehr. Ich habe das Phänomen und Herzschnecke erklärt, wenn wir zum Anfuhl der Stoffflinden kommen, respektive, ich kann uns mitziehen. Ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft nicht richtig spielen kann. Und dann halt. So, ich habe das Gefühl, dass meine Mannschaft nicht gewinnt. Das wäre ganz normal. Ernst, dass sie da nicht gewinnt. Oder fällt, dass sie da nicht gewinnt. Sie müssen uns sehr freuen. Ich bin schon eigentlich. So schnell gehen wir schon durch. Ich bin noch ein Thema, wie es erledigt. Fitness, Merci. Er tut noch eine Schöne von dem Hostel. Cool. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Schaltung. Spannung. Gruppenphase. Euro lang. Ich weiß nicht, dass wir schießen auf einen Drecksplaneten auf. Hä? Was sind dort denn da für... ...wohl für Stippen? Cool. Ah, das sind die Snifflords, die man befreien soll. Cool. Guck mal, was sind die Leute? Ah, die Dialekt können relativ interessant gehen. Und in Dialog. Vielleicht schon noch in Dialekt. Muss ich schon mal? Hm? Siehst so heftig aus. Schreckenslords. Ah, sie sind Krapfen. Weil ein Schlag. Versuchsobjekte. Opfer. Hier Versuche. Ausch. Ah. Ja, Stiftenhelden. du bist noch gar nicht gut ich bleu fliegen die jahre und die kinder mit dem ist passiert dann das ist aber die erste die kinder Ich werde mir die Schmutzung von dem Schiff hören. Ich werde mir die Schmutzung von dem Schiff hören. Ich werde die Schiff hören. Ich werde die Schiff hören. Wenn auch nur eine mutierte Hand, die Schreckensmeister berührt, bekommt ihr es mit mir zu tun. Sie werden die Schiff hören. Ich werde die Schiff hören. Ich werde die Schiff hören. Okay Okay, ich muss einfach mal machen. 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 Ich muss einfach mal auswählen. Das wir jetzt gleich sollen decimieren. Und dann ... Babu! Ich muss einfach mal auswählen. Was ist das so zu machen, was nicht? Ah, das ist doch ein Bonus da Seriös Ja, nehmt, das ist einfach gut, dass ich den Ding Gollon schon lange nicht, dass ich überlebt hätte Oder? 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 Ja, das ist kein Problem Abstand, 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 abstand Abstand, 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 abstand Und ich muss sowieso Entschuldige mich, ich muss sowieso Schwarz, abstand Schwarz schulmann abladen ab auch 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 aus dem kauf kipps uhr Ja... Wir werden die Türkschen für unsere Basis aus. Lass mich an das! Ihr wagt es, die Schreckensmeister kontrollieren zu wollen. Aber sie warst du erst. Sieht kein Lauf, nicht kein Inti. Angst. Wir sind fertig. Hier müssen wir wieder. Oh, nice. Niemand kann uns kontrollieren. Nicht dieses Gefängnis. Nicht die Republik. Und mit Sicherheit nicht diese Kreaturen. Es ist mir eine Ehre, mein Lord. Ja, genau. Geil. Mein Mensch, doch. Es ist ein Privileg, endlich den Schreckensmeistern gegenüber zu stehen. Natürlich. Eure Entschlossenheit ist stark, Jäger. Nur wenige halten es in unserer Gesellschaft aus. Noch weniger behalten ihren Verstand. Hahaha. Danke, bitte. Danke, bitte. Danke, dich auch. Hier drin, Männer! Streck die Imperialen nieder und nehmt die Schreckens! Okay. Wohl das? Wie schön euch zu sehen. Dieser Kloß in eurer Kehle? Das ist Panik. Bedenkt, was als nächstes passieren wird. Das ist ein Problem. Bis dahin. Das ist die nächste Frage. Ich bin wirklich so. Das ist ein Problem. Das ist mein Problem. Ich bin wirklich so. Also da wenigstens.